Mauler wirkt Nachher keiner wischt mit den C4 VTF Jaaa, haben wir wieder einen Verbündeten Willkommen zurück bei Blendezeit 2 mit Markus, Sven und mir und den Vanus Hallo Ich snipe hier alle weg Scheiß Dinger da Ich hab grad auch ein paar erwischt Also grad hier zum snipen ist eigentlich ganz schön Ja, ich hab irgendwie schon 6, 7 Leute vergessen oder so Oder sogar mehr noch Aber jetzt verstecken sich die Wichser Ja Jetzt haben sie, jetzt wohnt sie ihre Maxes, aber das bringt ihnen auch nichts Jetzt bleiben eben die Maxe weg Ach, da wurde der Robots Naah, Mann Dann siehts was aus, als müssten wir wieder in den A-Punkt rennen Hey, was sind sie von nem scheiß Berg da oben mal runtergekommen Ja, ich fand es ganz gut, dass die da oben waren Nope Da kommen wir wieder der Reihe nach runter holen Unter die Erde Unter dem Berg Ist ein bisschen viel jetzt da Ohhhh Gepennt Jetzt kommen es sind immer die Wichser Haben es genug Jetzt haben, ne, jetzt haben sie sich eingekämmt Ja Jetzt haben sie sich hinterm Berg versteckt und sind immer ab Warte Warte, von hinten Warte, von hinten Oh, ja, ja Aber ein paar aus Neifer stehen noch oben Die hauen mir die ganze Zeit Schüsse in den Rücken Aber schaffen keinen One-Hit Sehr gut Trotzdem nervig, wenn du dann da und rein rennen musst, um dein Schild wieder aufzufüllen Stirb Ah Ich hab die Beste verloren Mh, ein bisschen Nicht hier zu viele Schön runtergeschossen War Panzermine Eins und Beiden Vielleicht klappt es ja Anweisung Der war wir Schrotflugzer Mauler habe ich Nein, keiner wischt mit dem C4, wehthelf Ja, weil er wieder ein Verbündeter von hinten weg wäre, in die Sprache Boah, ey, ich auch Ich hatte in den Verbündeter später gar nicht Man rennt rein und dann wird noch von hinten so fällig gemacht, dass du auch gleich hättest dich einfach nur in die Tür stellen können Ich will das Anweisungsabschlager So Jetzt hab ich es So, brauche ich die Sweeper Da Guck mal, ob ich auch mal vollkriege Bam C4 gelegt Guys, come on, we have to use the Teleporter All of you Moves through the Teleporter Guys, come on, the Teleporter Ich sehe alle dastehen mit ihren Snipern und es interessiert sie einfach nicht, dass wir den Punkt nicht haben Weil sie viel Kills Nice Und wieder Kill Und wieder Death-Ru Und wieder Death-Ru Der wird sich freuen Und dann wird sie wieder gegen Kills werden Ja, bringt uns aber auch nichts Ja, was soll er sonst machen A.Punk drin drin, geht auch nicht Wir können das Ruder immer noch da rumhacken Ja, nicht zu viele Oh, keiner erwischt Pfff Pfff irgendwie Guter Es ist ein Lightning da oben, der langweilt schon So jetzt geht es weiter mal was ist es weg einer welt 4 eingelegt die basis zurück angreifen oder andere station andere möglichkeit haben ja fast nicht rakel es ist ich glaube ich bin war wie schlecht das jetzt war die schlechte so homo sind könnte im biolab gibt es noch ein fight antwari aber sonst ist hier nichts los auf tarnflash ne tarnflash Sichtungsbonus Oh, da war ne Wand dazwischen Ja, da kommt ein Nehmen wir die komische Sandys Jawohl, Max Kill Juhu, gepumpt Oh, wie viele Punkte? Das ist jetzt gar 1400 Punkte Oh, da kommt der noch Der wird sich freuen Oh, der brennt Was war denn das? Oh, don't hit down Die Sweeper ist ne scheiß Schrotze Den wollte ich überfahren, hättest du nicht den anderen nehmen können Ah, ich war bei A, Mann, oh Mann Halt nicht Da ist noch Harris da hinten, ne? Ja, einmal rappen In einem Harris da werde ich mich nicht ungerebt anlegen Da kann ich zielen, der hat dreimal da hinschossen oder so Und? Komm, wir gestanden aber Wenn er jetzt dann dreimal da, wenn er jetzt dann dreimal trifft, dann haben wir auch ein Problem Geht er noch da drüben oder was? Also, wir klopfen, wir kriegen die Basis wieder Oh, ich war nie Dass wir die Basis wieder kriegen Denkst du nicht oder denkst du? Ich denke, wir sind guter Beifade Ja Gute Pushen von Harris ist ja schon mal Alter, was denn hinten da? Mach doch den Sunny fertig Bei jetzt rennen wir den wieder hoch, bis wir repariert sind Das heißt, der mich, der ist weiter auf den Sunny verlandet Nein, ist wieviel da? Sunny? Gibt's ja einen Sunny? Nein, gibt's keinen Sunny Wengard könnt ihr ihn auch angreifen vielleicht Doch, was sind welche? Komm schon, einer Komm mal, Wengard Followers Nimm Wengard mit Wenn das klappt, dann haben wir gleich die Wengard Versteckung Schon wieder down Hier ist ein Enemy Sunder, komm mal, Wengard Dankeschön Ja, er kommt mit dem Sunny Darum ist es Ja, er hat ihn geholt Er wird dann aber auch hier Hauptsache ist der Wurst Bachig erhaupt sei es weg So, das habe ich Go, u, 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 Panserin Panserin Wuhu Wer hätte doch den Du Stehmt rein Wo, wie schlecht ist Oh er ist die Kürsse Bin ich schlecht Ja, bitte, was er wird gekriegt das Guide Gut, die tritt gerade ab Gehe fänden dieser nicht zu sein der dritte das war lapp ich jetzt gerade so schön nr immer hier oben mit was so lief der Panzer Mien Armee wenn du es noch rechtlich ist immer erlegt auch noch Panzer Mienen zwei stück in der Kuh noch mal einer er hat die Linie aber um uns haben ihn ich muss darunter darum alle von Panzer Mien geschützt ist er hat mich dreimal dagegen vor er hat mich dreimal mit Bis zum nächsten Mal.